Avos, ambulant vor stationär. Ist das die richtige Devise? Ja, es ist die richtige Devise, weil die Schweiz hier Aufholbedarf hat und endlich mehr im ambulanten Bereich machen sollte aus medizinischen Gründen, weil es letztlich sicherer ist für die Patienten und aus ökonomischen Gründen, weil es günstiger ist. Unbedingt? Ja, das glaube ich in ganz vielen Teilen schon, aber nur dann, wenn es zum Patienten nutzen dient und auch hohe Qualitätsstandards gibt. Das ist sicher eine gute Devise und in diese Richtung muss es gehen.